Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute, heute gibt es mal wieder eine Reaction, wir reagieren auf Flair, Light Up The Night, Model Face und Yo-Yo, Jojo, keine Ahnung, Bro, Bro, Flair ist am Start und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind das drei verschiedene Songs, heute Nacht released Light Up The Night, ich habe gesehen, da war ein Teaser online und zieht euch den Teaser rein, weil ich sage euch ganz ehrlich, und nun mal heftig, was da für ein Musikvideo rauskommen wird, das kommt am Sonntag um 20.15 Uhr raus, natürlich, ne, jetzt erstmal kein Musikvideo, jetzt wird erstmal gestreamt, dies und das und dann kommt das Video raus, es sah heftig aus, es sah nun mal heftig aus, bin ich auch drauf gespannt, wollt ihr, dass wir noch auf das Musikvideo reagieren, weil wir geben uns ja eigentlich schon den Song, lasst es mich in den Kommentaren wissen, ich bin drauf gespannt, wir können eben auch ganz schnell mal in die Infobox gehen, Universal ist ja jetzt okay, hier wird auf jeden Fall ein Sample genommen, genommen worden sein Simon's, Simon's Get That Secret Shit, immer typisch bei Flair, ist auch so eine Kombo, Alter, finde ich auch immer nice, wenn ein Künstler mit einem Produzenten, ja, ein Hausproduzenten hat sozusagen, haben wir ja gerade hier auch an Voice Tag gehört, leider nur ein Cover am Start, das Musikvideo leider nicht da, aber, Digga, am Sonntag, bin ich mal gespannt, sah heftig aus, okay, Digga, ich lasse es jetzt durchlaufen, bin ich mal jetzt, wir geben uns jetzt Flair, aber ihr checkt nicht die Message, also wer gerade reinkommt, mit dem Flow, gefällt mir gut, auch dieses, habe die Straße im Blut, was noch, ne, 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 was noch, also so, er macht hier so eine Aufzählung und dann zwischen den Aufzählungen von ihm dieses, was noch, ist auch eher was Seltenes und, muss ich sagen, haben mir gefallen, hat mir gefallen sein Einstieg, Digga, 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 ist ein bisschen komisch, wenn du Musik wieder, aber, aber, aber was willst du machen? Digga, bis jetzt, sage ich mal so, hat sich gut angehört, jetzt ist so ein Wechsel drin, ich weiß jetzt nicht, ob er über zu Modelface gegangen ist, aber es hört sich bis jetzt nice an, ich sage euch ganz ehrlich, es hört sich bis jetzt nice an, ich muss die ganze Zeit auf dieses Cover gucken, ne, normalerweise, ich wäre, ich würde jetzt so gern mit euch auf das Video eingehen, aber Beat ist doch Zwischeneinwürfe von ihm, die finde ich irgendwie gut, also, gerade bei, hab die Straße im Blut, was noch, direkt, das ist mir so hängen geblieben, oder diese, ich kann nicht pfeifen, aber, ihr wisst schon, was ich meine, so, sowas finde ich eigentlich gut, könnte man öfters bringen, ich meine, jetzt nicht nur Flair, könnte man eigentlich öfter bringen, hört man eher seltener im Deutschrap. Er beschreibt ja die ganze Zeit ihren Körper und ich muss direkt so an Schirin denken, ich weiß auch nicht, auch wenn man ja sagt, meine Hauses sehen aus wie Schirin Bay, Digger, der gerade hier, also hier der Beatwechsel, gerade krank, nice, das habe ich gerade gut gefühlt, das hat mir hier gerade, oh, ich meine genau diesen Wechsel, warte, der hier, warte, wenn du kommen willst, kein Respekt vor deinem neuen Freund, nur Respekt vor deinem Body Shake, Geiler Beat, hat mir mega gut gefallen, Digger, die Hook war auch nice von Model Face, also, die Hook war mal was anderes, hat mir gefallen, Light Up The Night, auch nice, bis jetzt nichts, wo ich sage, boah, unnormal, shit, scheiß oder so, ne, bis jetzt noch nicht, gucken jetzt mal. Soweit ich das richtig verstanden habe, sind die Songs nicht vollständig, oder? Weil das sind ja so, ein erster Part und dann die Hook, ich denke mal, die Songs wurden hier zur Hälfte rausgebracht, habe ich das richtig gecheckt, oder sind das schon die vollständigen Songs, weil dann werden die ein bisschen kurz, ich denke mal, dass die nur so zur Hälfte da sind, damit die Leute heiß werden. Rapper sie machen auf Straße und labern, sie fühlen diesen Pain, sie fühlen diesen Pain, doch meine Stoffakt ist dirty und ihre Stoffacken sind plain, die Jacken sind plain, nicht nur die Seele und nicht nur mein Herz, oh, die Panic ist froze, die Panic ist froh, so wie du blowst, und für mich post, doesn't let go, Nice, also die Beats hier sind richtig geil, dieses leichte Bearbeiten von ihm, die bearbeitete Stimme von ihm, das gleiche Autotune, finde ich richtig gut, nur das heftige Autotune fühle ich einfach nicht, ist halt Geschmackssache, aber Digga, im Großen und Ganzen, Digga, er hat abgeliefert. Das ist ein nice Jojo, finde ich sogar, glaube ich, vielleicht von den dreien am besten, weil die Hook hat mir krass gut gefallen, Digga, Flair hat abgeliefert, also, meiner Meinung nach. Digga, das war Flair, ich fand's nice, macht's gut Leute, haut rein und ciao.